Die sind alle schmutzig. Komm mal her. Digger, komm, da. Da, komm. Digger, komm, du bist auch noch ganz weiß. Was ist denn hier los? Ja, was denn? Und alle Halsbänder ab. Das sind jetzt nur noch Frau und Herr Schucki. Alles juckt, ne? Ja. Oh, fängt das schon an. Das ist ja viel zu früh. Wird nicht gebissen. Wer anderen in die Ohren beißt, ist böse meist. Hallo? Was ist denn hier immer los? Ja, was denn? Ja, was denn? Ach, hol das Handtuch. Ja, das Handtuch. Ja, grüße, Lappys. Ja, schau. Ja, schau. Die in dem Alter immer größenwahnsinnig sind. Kleine Jack-Rassnitz. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann jetzt noch nicht ändern, das ist doch nicht mehr zäusch. Ich weiß sie gleich in den Ohren. Du hast auch Quarkpackungen in den Haaren. Also halbwegs sind sie wieder quarkfrei, aber irgendwie ist das immer noch kleine Krusseldinger im Fell. Der Rest ist für schlechte Zeiten. Du willst doch wohl jetzt nicht da hinmachen, oder? Doch. So vor der Toilette gehen. So ist brav. Der das denn auch ist. Ja. Du brauner Welpe. Oh, der ist gut weggegangen, ne? Ja. Was? Guck mal hier, ey. Die sind ja richtig schon gut raus. Siehst du das? Ja. 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 Mädchen. Der ist gut. Ja, der ist gut. Die ist auch hellblau. Die hat ja richtig drauf, die ist schon. Wer ist denn hier so frech? Wer ist denn hier so frech? Herr Blau? Du bist so frech. So ein frecher Hund. So ein frecher Hund. Kannst du essen? Guck mal, es dreht ruhig. Guck mal, links neben dir. Guck mal, es leckt besser, ne? So, der will mal direkt an, wenn man was essen will. Guck mal, ja. Keine Messe. So, ich glaube, wir haben sie, ne? Sieht doch schon wieder richtig gut aus. So, dann mache ich mal Quark fertig, ne? Dass wir uns zu essen kriegen. Guck mal hier, da ist nur Örschen voll. Boah, die sehen gut aus. Fast wie neu. So, der beim Bein eingeschlafen ist. Soll ich ein CV holen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR